Hey, der Butler hat nicht gelogen. Sieht tatsächlich recht okay aus. Ah! Wieso kriege ich das Zimmer mit dem Bild von dieser Type? Ich kann nicht leiden, wie seine Augen mir zu folgen scheinen. Nimm das, Graf, Graf. Oh! Okay, das ist unheimlich. Oh, es war nur die überzogene Jessica Biel-Kopie beim Sex. Hoffentlich tötet sie das Dompfmonster bald. So werde ich nie einschla... ...und ich habe meinen Koffer unten vergessen. Hey, wäre es nicht cool, wenn dieses Bild gerade lebendig geworden wäre und dann wieder nicht lebendig, weil ich nochmal reingekommen bin? Das wäre cool. Mit wem rede ich? Oh, dieser dumme, paranoide Spinner. Oh, hi, seltsames Goth-Mädchen. Wozu die Kamera? Für gar nichts. Ich möchte die beiden nicht beim Sex filmen. Ja, ich bleib dabei. Seltsames Goth-Mädchen. Mein Name ist Sarah. Und meiner ist Tobi. Wir sollten Freunde werden und die Nacht zusammen überstehen, indem wir uns Gruselgeschichten erzählen. Von denen wir irgendwie der Meinung sind, dass sie uns von der gruseligen Atmosphäre dieses Schlosses ablenken. Kein Grund, sarkastisch zu werden? Äh, ja. Ich war gerade sarkastisch. Wie auch immer, ich habe einen Koffer aus der Eingangshalle zu holen. Ich komm mit. Wie hoch, glaubst du eigentlich, sind die Chancen, dass wir beide während dieser Nacht eine Liebesbeziehung entwickeln? Ich frage nur, weil ich als blöder Sprüche-Klopfer sicher als dritter vom Sumpfmonster getötet werde, während du als seltsames Goth-Mädchen ziemlich wahrscheinlich als Lebende davon kommst. Nur halt geschädigt von all den Morden, die du hast mit ansehen müssen. Und blutüberströmt. Und halbnackt. Aha. Aber wenn wir uns in den nächsten Stunden verlieben, werden wir hier zusammen als Pärchen überleben. Zumindest bis kurz vor Schluss, wenn sich herausstellt, dass einer von uns beiden nun vom Geistegraf Grafs besessen ist und den anderen töten wird. Komm mal klar, Spinner, sagt die, die Fremde beim Sex filmt. Okay, Leute, ich komme jetzt rein und hoffe, dass ihr fertig seid. Ich möchte nur meinen Koffer holen und dann könnt ihr sofort weitermachen und euch von Sarah filmen lassen. Wirklich, wenn ich mich nicht in sie verlieben müsste, würde ich Abstand von ihr halten. Nicht schon gut, Sarah. Was machst du da, Hörni? Oh, ich dachte... Heißt das, du hast hier einfach rumgestanden und wie eine Vollidiotin geschrien? Zehn Minuten im Schloss und schon bist du verrückt? Ich habe rumgeschrien, weil ich gerade darüber twittern wollte, mit was für Losern ich hier abhänge und dann gemerkt habe, dass ich kein Netz habe. Und ich auch nicht. Ich auch nicht. Oh ja, ich auch nicht. Du hast doch gar nicht nachgeguckt. Okay, ich habe kein Handy. Zufrieden? Handys machen mir Angst mit all ihrer elektrischen Strahlung und man denkt immer, es vibriere in der Horizontasche, wenn man sich nur leicht bewegt und dann holt man es raus, aber sieht, dass man gar nicht angerufen wird und dann kommt man sich dumm vor. Oh ja, und dumm dastehen ist ja das Letzte, was du willst. Seid ihr zurückgekommen, weil ihr doch Party machen wollt? Äh, ja. Ach, was soll's. Habt ihr Apfelsaft da? Ja. 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 Ja.